Jo, hallo Leute, hier ist er wieder, euer Table Tennis Gamer mit Blindzocken und ihr habt schon in der Beschreibung gelesen, beziehungsweise ihr seht es gerade, wir haben einen anderen Standpunkt und was das heißt, seht ihr ja gleich, also, dann wollen wir mal die Augen schön verbinden, boah, Blindzocken ist jetzt, wo es wärmer wird, jetzt seh ich was, man, ich hab's doch nicht mal drauf, um die Augen zu verbinden, Moment, das haben wir gleich, so, im Sitzen kann ich das, aber stehen ist das schwierig, oh, 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 so, so, alles klar, Ja, los geht's Leute, so, und wir sehen uns hier auch gleich direkt wieder im Spiel, ich muss noch alles richten, und zwar geht es um diesen Tischtennisschläger und genau 20 Bälle, ich hab da schon mal wieder eine Real Life Episode rein, weil, äh, viele gesagt haben, ja, Real Life kann man machen und die Idee hatte ich noch hier, äh, ja, es geht um Tischtennisball hochhalten, und zwar hab ich mal 20, äh, wenn hier in die Hosentaschen gestopft, und ich werd jetzt versuchen, diesen Ball wirklich auch 20 mal so hochzuhalten, wenn ich das schaffe, hab ich gewonnen, sind die 20, 20 Bälle in meiner Hosentasche verbraucht, dann hab ich leider verloren, und ich weiß gar nicht jetzt, wo die Kamera ist, ich hoffe, es ist alles drauf, ja, und auf geht's Leute, stopp, halt das Video an und schreib in die Kommentare, ob du der Meinung bist, ob ich diese Challenge hier schaffe oder nicht, können wir demnächst immer machen, so, alles klar, Fünf auf die Augen hauen soll Glück bringen, alles klar, eins, scheiße, zweiter Ball Nein, fünf, das waren fünf, eins, zwei, mh, alter, wie soll das denn gehen, komm jetzt, Ich treff sie noch nicht mal, boah, der wievielte Ball war das, ich weiß es nicht, boah, der ist da, so, jetzt aber, komm, eins, zwei, drei, vier, fünf, ey, das ist gar nicht zu schaffen, jetzt nochmal hier, komm, ey, weißt du, dass ich die 10 nicht schaffe, die 20, okay, ich hab gedacht, wenigstens 10 müssen drin sein, mach ich mal mit der Vorhand, ich hoffe, man sieht's, Alter Ball Hallo? Ich hab Wut gehabt, ich kann da gar nichts für, so, komm jetzt hier, eins Ich will das schaffen Ich schaff das sonst auch Ey, Leute, ich hab wenigstens gedacht, dass 10 wenigstens drin wären Nicht mal! Ja, warum geht ihr denn immer so weg? Ich brauch einen größeren Schläger Wenn ich den Ball wieder auffange, unten kann ich nochmal mit dem Ball machen Was, was soll ich dazu jetzt noch sagen, hä? Wie viel hab ich geschafft? Fünf, fünf von 20 Ich krieg hier Wutanfälle Schön Wetter heute, aber ich krieg trotzdem Wutanfälle Schön Wetter heute, aber ich krieg trotzdem Wutanfälle So, komm jetzt, Ball Ja, ich weiß, da ball ist mich wieder drauf, aber das kotzt mich an Hallo? Boah, ist das ein Scheißball Ne Ich hab hier noch ein paar Bälle Jetzt wird gezockt Ne Leute, ganz im Ernst, das geht absolut Guck mal, ich hab Monsterball Wo ist der? Monsterball? Hallo? 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 Ne, Leute, ganz im Ernst, ich finde nicht, es tut mir leid, ich kann es nicht Ähm Komm, fünf, fünf aber Fünf muss ich schaffen, komm Bei der Macht von Red Sky Eins, zwei, drei, vier Ja, da waren die fünfe Fuck, wenigstens fünf Und die letzten hau ich jetzt noch zu gut weg Oh, wo hab ich stehen getroffen? Naja, egal Egal, okay Der Scheißschläger, den kann man auch mal wegschmeißen Ich weiß noch nicht wohin, den brauch ich ja eigentlich noch Egal, kommt da in die Hosentasche rein So, also Leute, das war Hallo? Das war dann das Blindzocken Hier, real life Mit dem Tischtennisball hochhalten Ich weiß, was diesmal nicht ganz so spannend war Oh, ich kann nicht Ich tat's hier schon halb rum so Ich weiß, was diesmal nicht ganz so spannend Und ich hab meine Challenge auch überhaupt nicht geschafft Die Scheiße hier mit dem Tischtennischläger Aber tut mir leid, Leute Ähm, ja, nächste Woche gibt's wieder ein Spiel Die haben ja schon was Schönes ausgedacht Ne? Und, äh, ja Wo ist die Scheißkamera? Wie gesagt Es ist diesmal nicht so Nicht so das typische Blindzock gewesen Aber jetzt Kamera Oh Ich habe deine Standbeine entdeckt Wo bist du? Komm her Ha Hör Hallo Powisti Hallo Hallo Ich weiß es echt nicht Oh Oh Ich glaub ich bin vorbei Nein Ich war dran vorbei Wie ist jetzt? Ich dreh die Bälle kaputt Okay Ähm, hier Was? Moment Ach du Ach du Scheiße Wo war ich denn? Naja egal Da zieh ich ja gleich alles Also äh Ja bis zum nächsten Mal Tschüss